Man muss eigentlich gar nichts mehr erklären. Das erstmalige Aufklaffen der Leiblichkeit qua Öffnung des Inneren, das Gefrieren, Erschrecken, Zusammenziehen, Zurückschrecken, das Erstarren, das dann wieder sich annähernd, weil man keine andere Wahl hat, angreifen, sich dem Ort des Horrors, dem Wiederholungszwang, immer wieder nähern, entsprechend nicht Lösung des Rätsels, sondern Übersteigerung gegen Bekämpfung, Gegenlust, Überwindung, klimaktisches Übersteigen und hier Bewusstsein. Und erst recht Wiederholung dann. Im Vergessen, dass dem Klettungsakt, dem Wohlfühlakt nach dem Horror-Adrenalinschub korreliert die Erlösung, die Lösung der Glieder nach dem Überlebenskampf. Schrei, Bedürfnis, Anspruch, Begehren, Bewusstsein, Bewusstsein, auch hier nicht nur Konfrontation mit der Unlösbarkeit, damit man es wiederhole, sondern erst recht Unmöglichkeitsüberzeichnung, Überschreitung der Grenzen als das Undenkbare und deshalb erst recht, es akzeleriert, akzentuiert zu wiederholen.